Auch immer so. Äh, hatte ich hier jetzt schon eine Workbench? Wenn ja, dann habe ich gerade eine unnötige noch eine gebaut. Egal, so. Oh, Arma Upton. So. Muss man von dem Vulkan aus geradeaus oder links? Einfach geradeaus weiter. Bei dem Vulkan, einfach geradeaus weiter. Also außen rum fahren. Ja. So, hier platziere ich eine Chest und da lege ich das Jackpad rein. Falls wir mal die Regeln ändern, wir dürfen das, wir dürfen Sachen abbauen. Wir dürfen alles abbauen, weil nicht. Was dürfen wir gerade nicht abbauen? Ja, halt die Sachen am Spawn. Achso. Aber ich habe den Teleporter komplett kaputt gemacht. Jetzt ist das gar kein Teleporter-Block mehr. Was ist das denn? Ich kann es ja nochmal abbauen. Äh, du bist ein Advanced Machine Block. Leptron Crystals, Alter. Ich kenne mich damit gar nicht aus. Au. Kann es sein, dass er irgendwie gerade auf dem, oh, Trip ist? Ja. Ähm, warte auf, langsamer zu werden. Ich wäre fast in dich reingeknallt. Dann wären die Wurte kaputt, oder? Ja. Ja, also... Zwischen bin ich wieder schneller als du. Nein, ich hole wieder auf. Ja, ich hole auf. Voll. Alter, was ist das für ein Ölstrahl? Ich weiß, die Dinger sind brutal. Alter. Wo seid ihr denn hier? Gleich da. Okay. Wenn ihr da seid, äh, bräuchte ich... Ach nee, ich habe ja hier gerade einen Baum gefällt. Äh, gepflanzt. Das heißt, ich kann mir selber noch einmal ein Boot bauen. Ich bin kein König, der sich was ins Gesicht schlagen muss. Oder wie das auch immer heißen mag. Der sich füttern lassen muss. So heißt das. Ins Gesicht schlagen muss. Ist klar. Gott, bin ich blöd. Nein, ihr antwortet darauf nicht. Ah. Oh, knapp. Hm. Nani weiß das. Ja. Aber nein. Weiter. Ha? Ihr könntet ja da vorbeigucken, oder? Ja. Ja, komm. Machen wir gleich. Aber erstmal will ich wieder ein bisschen besser ausgestattet sein. Ich will ja nicht mit einer halbkaputten Lederhahnisch teil. Ach, da vorne seid ihr. Hallo. Bei mir habe ich noch nicht mal ein Boot. Und bei mir war ja gerade Jesus. Hallo. Oh. Ich bin jetzt im Wasser gefahren. Bin ich ganz nice. Alter. Hier wäre auch ein Volk. Ich war... What the? Gott bist du blöd. Äh, du hast... Das verloren. Das Maragde runtergeschmissen. Darf man hier was bauen? Ne, da taue ich jetzt nicht runter, scheiße. Bauen, ja. Aber gebaute Sachen abbauen? Nein. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh. Boah, war das knapp. Ich hatte keine Luftblase mehr und bin noch hochgekommen. Oh. Wir könnten uns hier so eine Art Zwischenbase bauen. Was ist das denn? Äh, das ist ein Advanced Machine Block. Ich habe einfach den Teleporter abgebaut und daraus wurde ein Advanced Machine Block. Funktionier eigentlich. Funktionier. Ist hier irgendwo eine Merkbank? Ja. Beim Goldblock. Okay. Oh, macht da auch eine Stimme. Was ist eigentlich in diesem Holzhaus drin? Äh, ein Zombie. Das ist das Haus vom Zombie. Ach, okay. Der gehört da rein, oder? Äh, eigentlich nicht, aber... Der ist da drin gespawnt. Ist da drin irgendwas? Nein, da ist nichts drin. Den will ich mal sehen, den Zombie. Da. Guck rein. Da steht er. Oh, wie süß. Ich will auch gucken. Ich will auch gucken. Aber nicht schlagen. Nein, nicht schlagen. Sonst ist er tot. Der ist schon fast tot. Genau, gib ihm was, Rottenflash. Hier, kriegst du auch noch was. Bone Meal. Hier, kriegst du eine... Hier, frisst Waden. Hier, kriegst du ein Sapling. Hier, kriegst du ein Pfeil ins Knie. Haha, witzig. Ach ja, warte mal. Wir haben hier ja Dschungelholz. Äh, wieso geht das nicht? Das sind ja auch Kakaobohnen. Ach ja stimmt, wir sind ja noch in der 1.2.5. Äh, lame. Das geht ja gar nicht. Schade. Das heißt, ich habe die Kakaobohnen ganz umsonst mitgebracht. Was soll's. Ähm, ich hätte nie die Idee. Ja. Ihr habt alle ein Boot, oder? Äh, weil es steht da noch was. Also ich muss meinst du schnell neu bauen. Ja, okay. Toll, erstmal. Meins ist, ich glaube, kaputt gegangen. Wie wäre es, wenn wir in die Nähe von denen gehen und da mal drüber bauen, irgendwie. Oder so, dass die uns nicht sehen können. Und dann? Schauen, was die machen. Hm, hat wer was zu essen? Äh, ja. Ich habe gerade mein letztes Day gegessen. Ich brauche auch noch mal was. Ich habe nicht mehr so viel. Egal. Ich brauche nur ein bisschen was. Danke. Gut. Na gut. Ich brauche mir mal schnell ein Boot. Ja, ich brauche auch noch ein neues, weil meins ist kaputt gegangen. So. Ich mache mir aber erstmal eine neue Waffe. Schönes Emerald Sword. Ich habe einen Diamond Sword. Ne, ich habe einen Emerald Sword. Ich habe einen Dark Matter Sword. Du hast es aber kaputt gemacht. Ja und? Trotzdem hatte ich eins. Komm hier. Ich komme hier gerade nicht weg vom Cobblestone. Dankeschön. Kein Problem. Ey. Äh. Naheinander fahren ist sicherer. Komm zurück. Der fährt ja schon 20 Kilometer vor. Was ist denn das da unten? Wo? Da. Sieht man so aus der Weite. Nur aus der Ferne. Ist das da. Ich habe halt auf Tiny, oder? Okay. Ist nichts mehr. Hm. Komm. Komisch. Meine Zuschauer wissen, was ich meinte. Ach so. Das gehört zum Vulkan. Ähm. Langsam vorbeifahren? Aber meine Frage. Da drin ist doch Lava. Ich weiß. Ich verstehe nicht, wie die... Ja. Und meine Frage. Ja? 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 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.